hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute und es geht gleich los so machen wir jetzt erst mal das spielzeug auf gucken wir uns an was da drin ist klappert nicht das ist wieder eine neue serie von ja die einen sagen natoons die anderen cartoons ich sollte meinen es heißt natoons aber gut so sieht das so sehen die kleinen tierchen aus so nur zwei spielzeug nummer zwei figur spielzeug und wir haben hier ja wieder so da gibt es verschiedene den hatte ich auch schon ein paar mal dann wird dann so an den finger gesteckt und dann kann man dann eben mit dem roller fahren gut wer es braucht bitteschön aber jetzt kommen wir zu den letzten teilen der ganzen eier und zwar hier zu den figuren mal gucken es fehlt ja nur noch einer jawohl alles klar hier ist er meister ping so und mit dieser figur habe ich jetzt meine serie voll ich werde jetzt auch schon zu sammeln weil ja mein ziel ist erreicht ich habe sie komplett ich habe sie komplett so sieht sie aus ja da sind dann hier noch so ein paar ja ja die werden dann hier drauf gelegt aber das mache ich jetzt nicht auseinander das ist so eine art der kreise geschicklichkeitsspiel mit verbunden wie gesagt ihr könnt da ja sehen der hat da die dinge drauf man legt also denn da hier die teile drauf und dreht ihn dann so wenn sie verliert wenn er sie verliert hat man verloren behält er sie hat man gewonnen so aber die mache ich jetzt hier nicht auseinander und die pack ich auch nicht hier drauf weil ich möchte die figur gerne sammeln und deswegen lasse ich das heiler so und jetzt machen wir die zweite figur noch auf jetzt eigentlich egal was drin ist weil wir haben die serie voll das passt ohja hier haben wir noch mal den kleinen wie heißt er Shifu so da wird das teil hier da rein gesteckt und der wird hier drauf gesteckt und dann kann der sich hier so drehen so sieht der kurze aus wer möchte kann dran bleiben ihr wisst jetzt kommen die figur noch mal in nahaufsicht oder in nahansicht auf dem drehteller wer sich das angucken möchte kann gerne da bleiben so also bis gleich Musik Musik